Ja, you're better where you're going So, moin Leute Live hier auf dem Sputnik Festival Zeltgelände Ja und Morten hier gerade schon am Haardamm pumpen Ja, die Gänse ein bisschen stimmen für heute Abend Die Jungs hier gerade schon am Antrinken Läuft So, jetzt heißt es Sachen zurechtpacken Zelt aufbauen Dann gehts ab auf die Insel Bisschen baden Wird geil Handtuch beiseite Nicht vergessen ne, Angelstuhl Wurfzelt So, Zelt steht Bändchen holen, ab zum Wasser Ja Geil, Junge Ja Luka Max Gwurz am Start Geil, Junge Geil, Junge Geil, Junge Gwurzelt Die Sonne geht jetzt unter. Ich hoffe, wir sind erst wieder zu Hause, wenn die Sonne aufgeht. Das ist unser Plan für heute. Pretty Pink um 5 Uhr morgens. Dann wird Recamps gefesselt mit diesem Karl-Winner. Trailerpark sehen wir heute auch. Schon so ein bisschen Highlight heute, ne? Beste. Ich feier die seit Jahren und das ist das erste Mal live jetzt. Boah. Skoll! Sputnik! Spring Break! Sputnik! 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 Sch include! Sput Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Die Ohren ist an! Du, du, du! Wir sind jetzt beim Trailerpark raus. War eine Hammer-Stimmung. Circle of Death war wieder Hardcore. Robin hat es erwischt. Ich glaube, sein Hintermann hat ein bisschen Blut gespuckt. Etwas. Ganz am Mund ist staubig. Schwarze Popel vom Staub, Alter. Was ist da los? Schwarze Popel, ja. So, jetzt ist Felix Yen dran. Und dann geht's auf zu Steve Hawking. Musik 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 Steve fand ich ein bisschen gekekt, oder? Ah, nur so ganz wenig. Aber es hat geschmeckt. Ich hab noch ein bisschen was in meinem Ohr, wenn du kosten willst. Zu vierter Jägermeister-Fotobox. Läuft! Ja Jets, kurz nach 5 Uhr. Die Sonne geht auf. Viel Spaß mit dem Vlog am Samstag. Tschüss!